Hallo, ich bin Martin, dein Supply Chain Coach. Schön, dass du auf dem YouTube-Kanal Supply Chain College vorbeischaust. Im heutigen Video sprechen wir über Planungshorizonten, und zwar operativ, taktischen und strategischen Planungshorizonten. Bleibt dran und seid gespannt. Dann steigen wir doch direkt in das Video ein. Ich zeichne euch hier mal einen Zeitstrahl auf. Und teilen wir den mal in drei Teile ein. Und zwar haben wir einmal den operativen Horizont und wir haben den strategischen Planungshorizont. Ich beschrifte das mal ganz kurz. Eben der mittlere Teil ist der taktische Horizont und der strategische Horizont ist der rechte Teil. Ich persönlich, von der Praxiserfahrung her, die ich jetzt über 20 Jahre sammeln dürfte, würde den operativen Teil so irgendwas bis zu drei Monate setzen. Ich mach mal hier drei Monate. Den taktischen Horizont, ich sag gleich noch was warum, taktischen Horizont setze ich irgendwo zwischen Monat 4 dann bis 18. Und den strategischen Horizont würde ich auf Jahre setzen, irgendwas zwischen drei bis fünf Jahre. Und zwar der operativen Horizont war um drei Monate. Wie gesagt, das ist jetzt aus meiner Praxiserfahrung, Konsumgüter, Medizinprodukte, hängt damit zusammen. Ich würde das immer, so habe ich es auch mal gelernt vor vielen, vielen Jahren, mit dieser längsten Material-Lead-Time oder Supply Chain-Lead-Time definieren. Das heißt, ihr guckt auf eure Produktportfolio und Standardportfolio und schaut so ein bisschen von der Fertigwarenproduktion bis hin zur Komponentenbeschaffung, Herstellung, vielleicht sogar Herstellung der Komponenten. Schaut ein bisschen, wie diese Lieferkette, diese Lead-Times, diese Durchlaufzeiten der Lieferkette aussehen. Und dort werdet ihr irgendwo bei den meisten, gerade jetzt im Konsumgehörbereich, irgendwo was zwischen sechs, acht, zehn, zwölf Wochen landen, je nach Produkt. Also sagen wir mal ein Beispiel, in der Getränkeherstellung, nehmen wir jetzt ein Bier zum Beispiel, braucht man so drei Wochen, vier Wochen, bis das Bier hergestellt ist, abgefüllt ist. Wenn ich dann wieder nach vorne gehe, brauche ich so bis zu sechs Wochen, bis alle möglichen Komponenten da sind. Dann habe ich noch gewisse Transitzeiten, die sind zum Teil schon eingearbeitet oder auch nicht. Und dann seht ihr jetzt wieder schnell, dann bin ich irgendwo wieder bei den plus, minus zehn Wochen, sage ich jetzt einfach mal. Und aus der Praxis hat sich so eingebürgert bei allen Unternehmen, bei denen ich bisher gearbeitet habe, dass man sich dann so auf diese zwölf Wochen, drei Monate festgelegt hat. Und was ist mir dort wichtig, das ist wirklich eine wöchentlich wiederkehrende Planung. Also in diesem operativen Horizont, dann, da spreche ich wirklich über eine Wochenplanung. Und jede Woche mache ich den Plan neu, für diese, jetzt in unserem Beispiel hier, drei Monate oder zwölf Wochen. Das heißt wirklich, in diesem Zeitraum möchte ich wirklich Demand-Supply gematcht haben. Was meine ich mit Demand-Supply-Matchen? Dann meine ich wirklich, dass ich die Kapazität nivellieren sollte. Ich sollte jetzt nicht permanent über die Kapazität hinaus planen, sondern ich muss entsprechend nach vorne rollieren, je nach Geschäftsbereich. Die Spitzen brechen, ich muss schauen, dass ich, wie gesagt, in den Kapazitätsgrenzen stehe und da auch ein sauberes Bild zu haben, wo habe ich Lieferengpässe, wo habe ich Opportunitäten auch mehr zu produzieren, um vielleicht dann auch wieder in den taktischen Horizont rein Bestände aufzubauen, was auch immer mein Ziel ist. An der operativen Planung vielleicht noch ein letztes Ziel. Dort gibt es natürlich auch mehrere Unterscheidungen, da gehe ich jetzt natürlich nicht rein. Das kann sein, ich habe zum Beispiel hier die ersten drei Wochen eine Feinplanung in der Produktion und da habe ich dann wirklich ein sauberes Sequencing. Dort habe ich Just-in-Time-Lieferungen für die Verpackungsmaterialien, Rohmaterialien als Beispiel. Und die restlichen Wochen mache ich einfach dieses, im Wochenbucket, sage ich mal, dieses Demand-Supply-Matching, was ich gerade erklärt habe, so dass ich da einfach auch saubere Abruf-Vorkast, Abruf-Pläne, Bestellungen und so weiter auslösen kann. Also wie gesagt, operativer Horizont, ich glaube, das sagt euch jetzt schon mal einiges, das ist das tägliche, wöchentliche Steuern der Operations, Logistikeinheiten und so weiter, Lieferanten. Der taktische Horizont, dort reden wir auch ganz schnell über SNOP, Sales & Operations Planning, dort habe ich schon mehrere Videos zugemacht, die verlinke ich euch auch gerne nochmal hier in dem Video. Und wichtig ist dort, das ist eine rollierende Planung, dort geht man eher, auch teilweise bleibt man auf Wochenebenen, man geht aber manchmal auch sogar auf Monats-Buckets. Auch da wieder, je nachdem, was ihr schon gewohnt seid, wie detailliert ihr unterwegs sein müsst oder könnt in eurem Unternehmen. Und auch dort geht es wieder darum, dieses Demand-Supply-Reconciliation zu machen, aber dann auf einer größeren Ebene. Dort geht man dann wirklich her und sagt, kann ich Schichten erhöhen, kann ich Schichten abbauen, muss ich einen Backup-Lieferant aufschalten oder nicht, habe ich Indikatoren von Lieferanten, dass ich in gewissen Verknappungssituationen laufe, wie möchte ich Verknappungssituationen lösen. Das sind so klassische taktische Fragen, Overflow-Lagerorte, brauche ich die oder nicht, reduziere, erhöhe ich meine Bestände, kriege ich Neukunden, habe ich Ausschreibungen, die ich gewinnen kann oder nicht, habe ich Listungen, Neuprodukte, habe ich Auslistungen, also die Themen werden dort im taktischen Horizont durchgesprochen und abgeglichen über die Funktionen. Und da nochmal schnell, operativ ist eher Supply-Chain-lastig, im taktischen Horizont, also ich mache hier mal Supply-Chain-lastig und in den anderen beiden Horizonten taktisch und strategisch ist es Supply-Chain plus kommerziell. Kommerziell ist immer Sales-Marketing, aus meiner einfachen Sicht, Controlling etc., die Support-Funktionen gehören natürlich immer mit an den Tisch. Taktischer Horizont würde ich einmal einen Monat sauber durchplanen, dort ist wichtig, rollieren, ich habe 18 Monate bewusst geschrieben, es können auch 24 sein, je nachdem, was ihr auch für Systemvoraussetzungen habt, wie weit eure Absatzplanung in die Zukunft geht und natürlich, je weiter ihr in die Zukunft geht, desto ungenauer wird das ganze Bild, das ist aber auch in Ordnung, dass man gewisse Spannungsbreiten dann auch akzeptiert und dass auch das Wissen entsprechend einer Organisation hat, wie genau kann man denn wirklich entscheiden oder nicht. Aber dort geht es wirklich darum, auch über das Geschäftsjahr hinaus zu planen, das ist super wichtig, sodass ihr eben nicht immer zum Jahresende aufhört, sondern wenn ihr jetzt zum Beispiel mal im September, Oktober seid, dann solltet ihr unbedingt schon mal das nächste Geschäftsjahr anschauen, gerade aus Supply-Chain-Sicht. Es ist sehr wichtig, frühzeitig Entscheidungen zu treffen, weil es halt auch mal monatelang dauern kann, um Schichten aufzubauen, abzubauen, Notfallproduktionen hier und da anzuleiern oder ein Backup-Lieferant noch irgendwo aufzusetzen, all das sind Themen, die muss man frühzeitig angehen, das hat man keine Chance, ordentlich, und ordentlich meine ich, effizient, effektiv und auch im Interesse des Kunden, der Kunden darauf zu reagieren. Der strategische Horizont, also ich mache hier nochmal einmal im Monat und hier das wirklich Wochenplan im Operativen. Strategisch, das ist für mich so eine Ad-Hoc-Übung. Es kann natürlich sein, wenn ihr super professionell organisiert seid, dass ihr das so Quarz-Halsweise macht, wenn ihr irgendwelche Estimates, Forecast-Updates habt oder so Budget-Phase, wenn ihr so einen Jahresplan festlegt, dort könnt ihr mal die nächsten Jahre abgleichen. Ich habe zwischen drei und fünf Jahren alles mögliche gesehen, dort geht es wie gesagt auch darum dann, um Investitionen entsprechend rechtzeitig auszulösen, und Business-Cases zu bauen. Wie kann ich die Supply Chain erweitern? Wie kann ich Kunden entsprechend anders bedienen? Welche Kundenfelder, Geschäftsfelder werde ich denn überhaupt strategisch bespielen wollen? Und wie muss ich meine Supply Chain gestalten? Und wie gesagt, das ist dann auch eher auf einem höheren Level. Das heißt, dort geht man nicht ins Detail durch alles, dort geht man vielleicht auch gar nicht mehr auf Artikeldetails, sondern ich gehe auf Produktfamilien, Produktgruppen, bewege mich auf diese Ebene, weil alles Weitere ist so vage und kann teilweise auch so falsch sein, dass ich dann vielleicht sogar mich vom Aufwand nutzen auch wieder zu sehr verliere und nicht wirklich die richtigen Themen adressiere. Strategische Planung, wie gesagt, macht Sinn, aber auch da eher ein Ad-Hoc-Fokus, maximalen Quartalsfokus, dass ihr das regelmäßig aktualisiert. Dort würde es Sinn machen, jetzt in der digitalen Welt, in der wir heute schon leben, auch entsprechenden Tools einzukaufen. Umso einfacher wird es für euch, umso besser könnt ihr die Prozesse regelmäßig auch ansteuern. Auch dort bin ich selber mit meinem jetzigen Teamunternehmen noch am Lernen und bin gespannt, was wir dort noch für Erfahrungen sammeln werden, dass man dort eben nicht mehr diese riesengroßen Excel-Übungen und dies und das macht, sondern auch wirkliche Tools hat, die permanent angereichert werden können und etabliert sind, verstanden sind innerhalb des Unternehmens, um auch dort den Vorstand, die Geschäftsleitung entsprechend abzuholen und in beide Richtungen, sage ich mal, dann mit Informationen zu versorgen und die Unternehmensplanung entsprechend zu bereichern. Das soll es schon gewesen sein für dieses Video. Wie gesagt, unterscheidet unbedingt in operative, taktische und strategische Planung, gleicht mit euren Stakeholder-Unternehmen ab, wie ihr die Horizonte genau setzt, sodass auch ein ordentliches Verständnis da ist, auf welche Planungstiefen geht ihr, wie oft werden die Themen wiederholt, wie genau kann die Planung überhaupt sein in gewissen Horizonten und das hilft euch auch eben, den Workload ein bisschen sauber auszukletten. Das heißt, wenn ihr jetzt eine operative Wochenplanung macht für 12 Wochen, dann müsst ihr natürlich nicht auf 18 Monate, die jede Woche neu planen, sondern nur einmal im Monat in eurem sogenannten SNOP Sales & Operations Planning Zyklus. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann teilt es doch bitte und lasst einen Daumen da und abonniert den Kanal und ich freue mich sehr, euch im nächsten Video wieder zu begrüßen.